Musik Wir sind sehr dankbar, dass Kasal sich heute immer noch bester Gesundheit erfreut und er topfit ist und wir freuen uns natürlich, dass wir so einen Ausnahmehengst bei uns im Bestand haben und er uns nach wie vor auch züchterisch natürlich viel, viel Freude bereitet nach seiner sportlichen Ausnahmekarriere. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020